Ja, auch das geht. Du kannst mittels Adapter einen USB-Stick an dein iPad anschließen und Dateien hin und her kopieren. Wie das geht und was du dafür brauchst, das demonstriere ich dir in diesem iPad-Snack. Die Dateiverwaltung auf dem iPad läuft über die App Dateien. Diese benötigst du auch, um den USB-Stick zu erkennen und zu verwenden. Um ihn anzuschließen, brauchst du einen passenden Adapter. Mein iPad hier verfügt über einen Lightning-Anschluss. Ich habe hier also einen Adapter Lightning auf USB. Für neuere Modelle gibt es Adapter von USB-C auf USB. Um eine Verbindung herzustellen, einfach den USB-Stick in den Adapter stecken und das Ganze wiederum mit dem iPad verbinden. Der Stick wird in der Dateien-App auf der linken Seite als neuer Speicherort erkannt. Du kannst ihn jetzt wie jeden anderen Speicherort auch verwenden, um zum Beispiel Dateien zu öffnen, umzubenennen, zu verschieben, zu kopieren und so weiter. Wenn du das Ganze noch etwas komfortabler haben möchtest, dann kannst du dir die Dateien-App einfach nochmal im Split-Screen öffnen. Um das zu tun, klickst du oben auf die drei Punkte, wählst dort den Split-Screen aus und als neue App eben nochmal die Dateien-App. Jetzt wird sie links und rechts angezeigt. Du kannst auf der linken und auf der rechten Seite den entsprechenden Speicherort auswählen, also zum Beispiel links den USB-Stick und rechts einen anderen Ort und kannst jetzt mittels Drag & Drop relativ einfach Dateien von der einen Seite zur anderen Seite hin und her kopieren. Bis zum nächsten Mal.